Musik 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 Ok. Bereit? Ja. Helena! Ich brauche ein Prozent ich mir merke nur Munition gegen die... ...oder Schroflinde? Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Diese Konsole und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Wir werden alle nötig öffnen. Und dann bin ich wieder raus. Ich brauche Hilfe! So. 1, 2 2, 2, 1 3, 1 Genau, ich denke die Punkte an die ich brauche. Hey na, geh noch bei dich. Na, ich brauch dringend Heilung. Aber... Ja, ich brauch dringend. Ah, ehrlich? Munition, da Strohpunition, oh, okay, die Munition fast mitnehmen, erstmal nachladen, mal, ja, alle brauchen nach und nach, erst nachladen, so, und zwei, runterziehen, ist das Passwort mitnehmen, ich das Ende, bloß ein bisschen Munition und Papum gebraucht, ne, so, ja, gut, jetzt haben wir es, ja, genau, ja, dasselbe passiert, man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Er ist da drin, er ist aktiviert, okay. Jetzt kommt raus. Oh, perfekt. Und, erster Helmesspray, ja, geht doch. Die Tür hat sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Exposition, bisschen Popa-Punkte, passt, 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 passt. Entschuldigung? Guck, guck! hat zu mir sein End gemacht, Pflanzen Okay, das ist... 1,0,2 Geh, fuck Zurück Zwei Das ist die 120 Zuerst bitte noch mal kämpfen hier Echt das Vogel So Noch was drinnen? Nein, gut Und Ja, das ist wirklich so geil Das ist das System Nee 1,0,2 1 Haben wir gerade den gehabt 2 2 Und dort 1 120 ist falsch 0,21 Hoffen Gehen wir 3 Punkte werde ich brauchen, weil ich jetzt 2 persönlich spür Nehmen wir euch an, oder nicht Munition Okay, roger Moment, den Ort kenne ich Der Abram muss in der Nähe sein Wer? Der Abram muss in der Nähe sein, okay? Danke für die Hilfe! Danke für die Hilfe! Stopp, bitte nicht! Das ist sie nicht! Aber wo ist sie dann? Er schnitt, da ist ein Mensch gestorben Wo bist du? Hey dann, lauf schon vor, genau Ah, ist kaputt Hier ist sie auch nicht Nach wem suchen wir? Not Deborah Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist Heißt du nicht? Ich wollte einten sterben Nein Du spuckst jetzt nicht Du spuckst jetzt nicht Huch 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 ich glaube sie ist weiter vorne sagen möchten sie mich noch lange auf die folter spannen verraten sie mir was los ist oder nicht du bleibst auf diesen tisch drauf ok wir gehen erstmal hier rein was zum teufel ist das drei tagen waren die noch nicht hier ja 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 Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein. Ich dachte... Was zur Hölle habe ich da gesehen, Ada? Diese Frau oder... Sie kennen sie? Ich denke... schon. Wir müssen das nochmal machen? Ja, hat geklappt. Wir müssen das tatsächlich nochmal machen. Aber Ada Wong... Also lasst uns... Untertitelung des ZDF, 2020